Das ist ein Schwergerichtsschwerter. Das ist ein Markweiler. Das ist die Schwerter zu fahren. Norddeutscher Rundfunk 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Hier ist ein guter Platz, das ist auch das Ziel. Schaut mal auf. Das Ziel ist ja so ziemlich erreicht, da wollen die nicht auf Steigen fahren. Das Wichtigste ist ja immer das Ziel zu erreichen, so ziemlich. Da können wir auch hinkommen, da ist der Platz hier. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob eine Dönerbude da ist. In Semi-Palatinsk ist es auf jeden Fall eine Dönerbude. Ah, Koffe! Oh, das ist sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Einmal auf den Semi-Palatinskopf ansetzen. Südkります. An den Semi-Palatinskopf. Also können Sie den Semi-Palatinskopf! Vielen Dank. Hier ist ein Markt, heute ist Freitag. Tatsächlich ist es ein Übergang, aber keine, doch, ganz schwachsinnere Striche. Es ist ein Fisch, das ist ein Fisch, das ist ein Fisch, was wir sehen, wenn wir uns nicht mehr so haben, dass es, was wir uns nicht mehr so haben, dass es nicht mehr so sein. Norddeutscher Rundfunk 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 Fische zu... Das ist ein Zoll, das ist ein Zoll. Norddeutscher Rundfunk Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Bei der Gelegenheit kann ich auch mal sagen, dass ich eine Putzfrau suche. Ich kann sich damit melden, dass ich 30.000 Euro bezahle. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020